Am 11. Februar ist mal wieder Bundestagswahl in einigen Teilen von Berlin, denn dann steht die Wiederholungswahl der Bundestagswahl von 2021 an. In 455 von 2257 Wahlbezirken muss ja nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes neu gewählt werden. Und ja, am 11. Februar ist es also soweit. Und in diesem Video wollen wir uns mal anschauen, wo es durchaus spannend werden kann, in welchen Wahlkreisen es womöglich spannend werden kann, wer dort der Wahlkreissieger sein wird. Und dann möchte ich mit euch auch auf mögliche Veränderungen in der Sitzverteilung im Bundestag blicken, denn tatsächlich könnte je nach Wahlausgang die Sitzverteilung sich zumindest ein bisschen verändern. Wir fangen mal an, dass wir uns vier verschiedene Wahlkreise anschauen. Die sind mal mehr und mal weniger spannend. Und wir fangen mal mit dem Wahlkreis 76 an. Wahlkreis 76 ist Pankow, beziehungsweise ein großer Teil von Pankow wird durch diesen Wahlkreis abgebildet. Und ihr seht hier das Ergebnis von 2021. 2021, da hat der grüne Stefan Gelbhaar das Direktmandat geholt mit etwa 7.000 Stimmen Vorsprung auf Klaus Mindrup von der SPD. Und dann sehen wir, der Kandidat der Linken, Udo Wolf, ist trittstärkster geworden. Wenn man jetzt aber die 157.044 gültigen Stimmen rausnimmt, die annulliert worden sind, dann sieht das Rennen aktuell so aus. Das sind die Stimmen, über die nicht nochmal neu abgestimmt wird, die also gültig geblieben sind. Und da sehen wir, dass Klaus Mindrup mit einem Vorsprung von, naja, zumindest auf Stefan Gelbhaar von 2.400 Stimmen in diese Wiederholungswahl geht. Aktuell auf Rang 2 liegt tatsächlich auch nicht Stefan Gelbhaar, sondern Manuela Anders-Granitzki von der CDU. Und ja, es ist also quasi eine fast komplette Neuwahl in diesem Wahlkreis. Und die Frage ist, kann Stefan Gelbhaar wieder das Direktmandat holen? Und es gibt da zwei Dinge, die in diesem Video die ganze Zeit wichtig sind, die wir beachten müssen. Das erste ist, dass der Bundestrend ja momentan ein anderer ist als 2021 bei der Wahl. Die SPD ist ja seitdem viel unbeliebter geworden, die CDU steht besser da, die AfD steht besser da als 2021. Die FDP hat ja einen krassen Einbruch erlebt seit 2021 und ja, die Linke hat sich zumindest nicht verstärkt. Und ja, wenn man das einmal bedenkt, dann kann man zumindest mal die These äußern, dürfte die CDU zum Beispiel verhältnismäßig besser abschneiden bei dieser Wiederholungswahl als die SPD. Aber es gibt noch eine zweite Sache, die wir beachten müssen, die sehr wichtig werden wird bei den Wahlkreisen und auch bei den Zweitstimmen. Es ist nämlich so, dass davon auszugehen ist, dass die Wahlbeteiligung doch deutlich niedriger liegen wird als bei der Bundestagswahl 2021. Das heißt, vermutlich braucht man auch keine rund 40.000 Stimmen, um das Direktmandat in Pankow zu holen. Es werden weniger genügen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja, wer wird denn diesen Wahlkreis womöglich holen? Ich persönlich würde sagen, wenn wir diese beiden Dinge im Hinterkopf behalten, also geänderter Bundestrend, geringere Wahlbeteiligung, dann dürften die Chancen trotz allem für Stefan Gelper doch ziemlich hoch sein, das Direktmandat wieder zu holen. Denn Pankow, das sieht man hier, wählt ja doch verstärkt grün und es kann gut sein, dass die CDU da nicht mithalten kann. Aber ich glaube nicht, dass Klaus Mindrup das Direktmandat in Pankow holen wird. Ansonsten sollte Stefan Gelper nicht das Direktmandat holen, kann es für ihn einigermaßen egal sein, weil er über die Landesliste abgesichert ist. Also wenn er das Direktmandat nicht holt, bleibt er trotzdem im Deutschen Bundestag. Aber der Wahlkreis 76 Pankow, der könnte tatsächlich spannend werden. Dann schauen wir mal weiter in den Wahlkreis 80, Charlottenburg-Wilmersdorf. Da wurden 66.142 gültige Stimmen annulliert. Und ja, das führt dazu, dass das Rennen zwischen Michael Müller und Lisa Paus ziemlich eng ist. Auch Klaus-Dieter Gröler ist noch gut dabei. Und unter den drei wird das Direktmandat wohl ausgemacht werden. Michael Müller ist ja kein unbeschriebenes Blatt in Berlin. Das ist der ehemalige regierende Bürgermeister. Er hat letztes Mal das Direktmandat geholt und würde es natürlich auch gerne wiederholen wollen. Lisa Paus ist ja die aktuelle Familienministerin. Also sozusagen in der aktuellen Regierung auch kein unbeschriebenes Blatt. Ja, und der dritte, der Chancen hat, hier dieses Direktmandat zu holen, ist Klaus-Dieter Gröler. Was Müller und Paus betrifft gilt, sollten sie das Direktmandat nicht holen, ist das in gewisser Weise auch egal. Denn sie sind über die Landesliste abgesichert. Bei Klaus-Dieter Gröler ist das ein anderer Fall. Die Frage ist, wie wird es ausgehen? Ich glaube, da könnte es tatsächlich spannend werden. Wenn man diesen veränderten Bundestrend bedenkt, dann könnte es tatsächlich für Michael Müller schwer werden, das Direktmandat wiederzuholen. Ob die Grünen dann den Vorsprung gegenüber die CDU retten können, ist auch mal mit einem Fragezeichen zu versehen. Also hier könnte es einen Wechsel beim Träger des Direktmandates geben. Gehen wir mal weiter in den Wahlkreis 77. Der war 2021 umkämpft zwischen der CDU auf der einen Seite und der SPD auf der anderen Seite. Monika Grütters hatte das bessere Ende für sich mit weniger als 2000 Stimmen Vorsprung auf Thorsten Einstmann von der SPD. Und ja, jetzt ist das Rennen auch wieder offen, zumindest in der Theorie. 38.570 gültige Stimmen wurden annulliert. Und ja, so ist es eine enge Kiste zwischen Einstmann und Grütters auf der anderen Seite. Allerdings, wenn man jetzt den veränderten Bundestrend bedenkt, dann ist tatsächlich eher davon auszugehen, dass praktisch dieser doch theoretisch enge Wahlkreis gar nicht so umkämpft sein wird. Am 11. Februar sieht dann doch tendenziell so aus, als könnte Monika Grütters das Direktmandat einigermaßen sicher holen. Aber ich lasse mich auch gerne persönlich überraschen von der SPD und von Thorsten Einstmann. Aber wir können mal davon ausgehen, dass eher Monika Grütters hier verfugisiert ist, oder klar verfugisiert ist, diesen Wahlkreis zu holen. Monika Grütters wäre übrigens, wie eben viele andere, die ich eben schon genannt habe, über die Landesliste abgesichert. Thorsten Einstmann dagegen nicht. Er ist, wenn er das Direktmandat nicht holt, nicht im Bundestag. So, und noch ein vierter Wahlkreis könnte interessant werden. Der Wahlkreis 81, Tempelhof-Schöneberg. Da ist es vor allen Dingen spannend zwischen Kevin Kühnert von der SPD und Renate Kühnast von den Grünen. Beides ja relativ populäre Persönlichkeiten in ihren Parteien. Und ja, dann haben wir noch den Jan-Marco Luschak von der CDU, der ja auch nicht ganz so weit abgehängt ist. Allerdings sage ich persönlich, dass ich denke, dass Jan-Marco Luschak keine realistische Chance hat, dies Direktmandat zu holen. Es werden rund 16.000 gültige Stimmen annulliert. Sein Rückstand ist nach dieser Annullierung rund 8.000 oder sagen wir mal 7.400 Stimmen, groß auf Kevin Kühnert. Jetzt müsste er tatsächlich sehr, sehr viele Stimmen holen, gerade im Vergleich zu Kühnert und Kühnast, um an beiden vorbeizuziehen. Und wenn man bedenkt, dass die Wahlbeteiligung wahrscheinlich niedriger liegen wird als 2021, dann dürfte es für Luschak wohl nichts werden. Aber nichtsdestotrotz wird er wohl weiterhin im Bundestag bleiben. Er ist über die Landessliste relativ sicher im Bundestag. Da müssten ja Dinge passieren, damit er nicht mal reinkommen würde. Also da müssten andere Direktmandate tatsächlich von der CDU gewonnen werden bei der Wiederholungswahl. Und davon ist zumindest in der Menge nicht auszugehen. Also Luschak wird wahrscheinlich im Bundestag bleiben. Kühnert und Kühnast bleiben auf jeden Fall im Bundestag. Egal, wer das Direktmandat holt, denn beide sind über die Landesliste abgesichert. So viel mal zu den vier Wahlbezirken, in denen es tatsächlich am 11. Februar spannend werden könnte. Und jetzt schauen wir mal auf die Zweitstimmen. Denn nicht nur Erststimmen wurden annulliert, sondern auch Zweitstimmen. Und demzufolge hat das Ganze jetzt auch Konsequenzen, was die Sitzverteilung im Deutschen Bundestag betrifft. Aber erst mal schauen wir auf das Ergebnis von 2021. Hier seht ihr das Bundestagswahlergebnis, die jeweiligen Zweitstimmen und die Sitze, die die Parteien da bekommen haben. Und ich habe jetzt nicht aufgeteilt, wer mittlerweile beim BSW ist oder nicht mehr in der Partei ist, für die er in den Bundestag eingezogen ist. Denn das hier ist der Stand der Dinge, wie er sich eigentlich am Tag der Bundestagswahl dann ergeben hat. Oder nach Feststellung des Endergebnisses sich ergeben hat. So, jetzt ist es aber natürlich so, wie gesagt, Erststimmen wurden annulliert, aber auch Zweitstimmen. Und da verändern sich ja dann im Prinzip auch Stimmenanteile. Und damit hat sich auch die Sitzverteilung zumindest schon mal theoretisch verändert. Denn würde jetzt keiner bei der Wiederholungswahl wählen gehen oder nur sehr wenige würden an der Wiederholungswahl teilnehmen, dann könnte das hier rauskommen. Die Grünen haben dann zwei Sitze weniger, die SPD einen Sitz weniger, die Linke hat auch einen Sitz weniger, FDP, CDU und AfD würden auch einen Sitz verlieren. Der Bundestag würde von 736 auf 729 Abgeordnete schrumpfen. Und ja, das kann man deswegen auch schon so klar sagen, dass das passieren würde, wenn jetzt keiner mehr wählen gehen würde oder nur sehr wenige wählen gehen würden, weil die CSU nicht in Berlin wählbar ist. Das heißt, die Zweitstimmen der CSU, diese rund 2,4 Millionen Stimmen, die bleiben. Und die CSU ist eigentlich die Partei, die bei der Sitzverteilung vorgegeben hat, wie viele Ausgleichsmandate es gibt. Denn die CSU hat 45 Direktmandate geholt. Und das sind viel mehr Mandate, die sie dadurch geholt hat, als ihr nach den Zweitstimmen eigentlich an Sitzen zustehen würden. Jetzt ist es tatsächlich so, nicht alle 45 Direktmandate müssen entsprechend ausgeglichen werden. Es werden drei Mandate nicht ausgeglichen, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Also drei Mandate bleiben als unausgeglichene Überhangmandate übrig. Aber die anderen Sitze, die dann zu viel sind bei der CSU, die müssen entsprechend ausgeglichen werden. Und ja, das sieht dann so aus, wie wir das hier jetzt sehen. Also 729 Sitze wäre dann der Bundestag stark. Aber es gehen ja wohl einige in Berlin zur Wahl und demzufolge können die Parteien ja durchaus diese Sitze wiedergewinnen. Und es gibt tatsächlich auch ganz klare Werte, ab wie vielen gültigen Zweitstimmen die Parteien ihre alte Sitzzahl wieder erreichen. Bei der Linken zum Beispiel ist es so, dass 8.317 gültige Zweitstimmen nötig sind. Dann kriegt die Linke wieder den 39. Sitz, auch wenn nicht mal alle 39 Abgeordneten bei der Linken sind. Bei der SPD sind es dann 37.347 gültige Zweitstimmen, die man mindestens braucht, um wieder auf 206 Sitz zu kommen. Und so weiter. Ihr seht das ja hier angegeben. Die Grünen bräuchten 65.509 gültige Zweitstimmen, um wieder auf 118 Sitze zu kommen. Und ja, ihr könnt eigentlich hier sehen, jeweils dunkler hinterlegt, wie viele Stimmen also die Parteien mindestens bräuchten, um wieder die alte Sitzstärke zu erreichen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das realistisch? Können diese Parteien also wieder ihre alte Sitzstärke erreichen oder nicht? Wir müssen jetzt wieder diese beiden Dinge betrachten, die ich ja eben schon genannt habe. Also der veränderte Bundestrend im Vergleich zu 2021, aber auch die geringere Wahlbeteiligung. So, gucken wir uns mal die Linke an. Na, die hat 50.000 gültige Zweitstimmen etwa verloren. Sie braucht nur 8.317. Das ist tatsächlich realistisch, dass das gelingt. Bei der SPD ist es so, 94.444 Stimmen sind verloren gegangen. Man hat also knapp eigentlich diesen 207. Sitz verfehlt 2021. Ja, die 37.347 Stimmen sind durchaus machbar. Bei den Grünen ist es tatsächlich die Frage, ob es für diese beiden Sitze reicht. 114.530 Sitze gehen verloren. Man braucht ja mehr als die Hälfte dieser verlorengegangenen Stimmen wieder. Ja, möglich ist es, aber es könnte auch durchaus eng werden. Vielleicht reicht es nur zu 117 Sitzen, aber vielleicht reicht es auch tatsächlich, um wieder auf 118 zu kommen. Bei der FDP könnte es tatsächlich schwer werden mit den 16.039 Stimmen, denn die FDP ist ja deutlich unbeliebter als noch 2021. Und ja, bei geringerer Wahlbeteiligung könnte es tatsächlich nicht reichen für diese Stimmen. Also vielleicht wird die FDP-Fraktion um einen Abgeordneten kleiner werden. Bei der CDU könnte es eventuell auch der Fall sein. 57.834 Sitze gehen verloren. Fast genau diese Menge braucht man wieder. Die Wahlbeteiligung, die geringer wird, naja, die spricht einerseits erstmal dagegen. Natürlich die größere Zustimmung im Bundestrend spricht dafür, dass die CDU ja da und dort auch punkten kann. Ob es aber wirklich reichen wird, um so viele Stimmen zu bekommen, ja, das wird vielleicht wirklich an der Wahlbeteiligung hängen am Ende, ob es dann reicht, diese 54.130 Stimmen zu erhalten. Also könnte auch sein, dass die CDU auch diesen einen Sitz nicht wiederbekommen wird. Und die AfD, die braucht gerade mal 2.342 Stimmen, um diesen 83. Sitz zu bekommen. Das sollte sie tatsächlich ziemlich locker hinbekommen. Das heißt, wir werden nach der Wiederholungswahl vielleicht den ein oder anderen Träger des Direktmandates haben, als wir es jetzt haben in Berlin. Und wir werden vielleicht eine andere Sitzverteilung haben. Im Übrigen, das habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, das ist noch ein bisschen komplizierter, heißt das nicht, wenn die Linke zum Beispiel die 8.317 Sitze wiederbekommt, dass dann automatisch die Person, die bis jetzt diesen 39. Sitz hat, auch wieder den 39. Sitz erhalten wird. Das hat was mit den Landeslisten zu tun, das habe ich hier nicht aufgeführt. Aber wer es wirklich ganz genau wissen will, der kann mal unten diesen Link hier sich auch mal genauer anschauen von wahlrecht.de, denn da habe ich auch diese Zahlenwerte her. Dann wird das alles ganz detailliert nochmal verschriftlicht wiedergegeben, was da eigentlich jetzt bei welcher Stimmenzahl passiert mit den Abgeordneten, also wer dann im Bundestag wäre und wer dann eben nicht. Und dieser Artikel ist tatsächlich sehr lesenswert und empfehlenswert, aber das soll es jetzt zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick und Durchblick, was da am 11. Februar in Berlin passieren wird. Und zu guter Letzt sei gesagt, an den reinen Mehrheitsverhältnissen ändert sich dadurch nichts. Also die Ampelkoalition wird auch nach dieser Wiederholungswahl auf jeden Fall eine absolute Mehrheit haben. Daran wird sich nichts ändern. Aber die Gesamtzahl der Abgeordneten könnte sich verändern und damit auch die Gesamtstärke der Ampelfraktionen. So, das soll es jetzt aber zu diesem Video gewesen sein. Und so setze ich abschließend, wie üblich, und immer einen Punkt.